Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu StellarBlades. Für euch wahrscheinlich einen Tag vor Release, Embargo ist aber gefallen. Schauen wir heute in den zweiten Teil des Games. Die Demo hatte ich euch schon mal gezeigt, checkt das auf jeden Fall nochmal ab, wenn ihr das sehen wollt. Und heute geht es weiter quasi mit dem zweiten Part und wir gucken mal, was außerhalb der Demo so hier passiert. Deswegen ganz viel Spaß mit den Highlights. Soll ich euch kurz allein lassen? Kann es ruhig 5 Stunden so weiterlaufen. Das wäre doch mal ein richtig geiles 12 Stunden Video, oder? Für YouTube. Einfach nur 12 Stunden, wie sie einem entgegenläuft. Wisst ihr, was ich machen kann? Damit ihr euch besser auf das Gameplay konzentrieren könnt? So könnt ihr euch doch 1a konzentrieren, oder? Ja, so könnt ihr euch perfekt konzentrieren. Guck mal, so seht ihr gar nicht. So ist doch perfekt. Sollt ihr das so machen? So ist gut, oder? Schädig auf Frauen mit Bart. So, drei Wege. Ich hasse es, wenn es mehrere Wege gibt. Der galoppiert jetzt auf mich, sag ich doch. Wow, bin ich gut. Eifer weggekonzentrieren. Eifer weggekonzentrieren. Lol, der hat ja voll wenig gehabt. Ich hatte ja viel stärker. Ich habe mich jetzt voll auf den krassen Bossfight eingestellt. Okay, hier gehe ich noch nicht lang. Also rechts vom Parkhaus noch nicht. Das sieht aus wie der richtige Weg. Was ist hier? Ah, ein Camp. Das sind mir zu viele Wege. Ich hasse das, wenn es so viele Wege gibt. Okay, wir gehen jetzt erstmal links lang und später gehen wir rechts lang. Also, er sieht gefährlich aus. Braucht er. Kanonwächter war das. Ich finde die Musik von Eidos 7 so gut. Lieb ich. Also, von Gaming-Musik her ist das Spiel hier aber auf jeden Fall schon mal eine 10 von 10. Kann ich nicht anders sagen. Also, alles, was hier musiktechnisch und effektmäßig abgeht, ist das alles eine 1 plus mit Sternchen. Da kann mir auch niemand was anderes sagen. Oh, das ist auch das Wasser, wie sich das anhört. Ich habe hier sowieso immer eine andere Sicht auf Spieler als der Durchschildsspieler. Der nimmt es einfach so hin und sagt, ey, gibt Unreal Engine 5. Die Entwickler sollen sich mal nicht so anstellen und einfach geile Spiele machen. Und appreciaten das gar nicht. Aber aus der Zeit, aus der ich komme, ist diese Wasserphysik gerade so schön. Und der Ton. Ah, komme ich direkt ins Schwärm. Ist auch echt schön ausstapfiert hier alles. Also, macht auch echt Spaß zu erkunden. Ja! Was passiert jetzt? Maximale LP erhöht. Das ist viel mehr maximale LP. Gefällt dem U. Ey, ich mag das nicht, wenn es so viele Wege gibt. So Schlauchlevel und dann viele Wege. Das mag ich gar nicht. Open World, okay. Aber hier links. Junge, ich bin so verwirrt, wo ich lang muss. Aber ich muss an dem Loch vorbei. Also, denke ich mal, ist hier richtig. Ne, hier war ich doch. Ich bin so doll verwirrt, wo ich hin muss. Gibt es keine Karte. Ne, du kannst den Typen hier aktivieren. Dann macht er so einen Scan. Aber eine Karte gibt es nicht. Also, vielleicht kriege ich noch eine. Aber jetzt gerade gibt es doch keine. Und ich bin so verwirrt. Ich bin hier einfach nicht... Oh, guck mal hier. Wir müssen versuchen, an das Transportgerät zu kommen. Hm, habe ich nicht. Ja, hier geht es weiter. Gut. Alles geklärt. Design, was, was, was? Designmuster, planetarischer Diving Suit. Oh, 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 oh. Die Musik ist cool, aber Eidos 7, ich sage euch, war besser. Neue Funktion freigestellt. Tatsächlich. Planetarischer Diving Suit. Herstellen. Mit 15 extremes Polymermaterial, 30 Polymermaterial und nochmal Polymermaterial. Ich habe das Gefühl, man braucht viel Polymermaterial. Herstellen. Version 2 erfolgreich hergestellt. Jetzt ausrüsten, ja. Ändert das Aussehen von Eve. Kinder, geboren im Sternklarer Nacht, eine glorreiche Mission ist auch gedacht. Ist euch gedacht, seid das Licht der Hoffnung auf Erden, die Zukunft soll durch euch neu erfaltet werden. Sieht komplett aus wie der grüne, nur in orange, ne, oder meine ich das nur? Ich hoffe, ihr enjoyt die Musik und das Game, so wie ich. Ah, noch ein Rätsel. Okay, dieses Zeichen steht für Zeit. Könnte das mit der Turmuhr zusammenhängen? Aha. 12, 12? Ne, Unsinn. 5? 17, 12? 12, 17? 17, 12? Sagt ihr? Aber als ob die europäische Zeit genommen haben. 12 Uhr 20? Ups, das war 7. 12, 25 sagst du? Oh, sehr gut, Baddy. Ich muss sagen, eine kleine, obwohl, weiß ich auch nicht, weil in normalen Souls Games hast du ja auch keine Minimap und so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, okay, hier geht's weiter. Ob ich das unbedingt brauchen würde. Es würde aber echt gut tun, mal eine Map zu haben, weil ich echt auch das Gefühl habe, hier war ich schon oder muss ich hier lang und so. Also, so muss ich halt echt hellwach sein und genau gucken, wo ich schon war und wo noch nicht und wo ich noch hin will. Panzerpaket! Ändertes Aussehen der Drohne. Interessant, aber wir gucken es uns an. Ah, juckt niemanden. Wo ist der Bus? Wir gehen jetzt zur Halle der Aufzeichnung. Nee. Nee, 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 nee. Ich will mich doch umschauen. Frag mich doch, ob ich das will. Den Hyperantrieb? Sind wir jetzt Star Wars? Zu Beginn des 22. Jahrhunderts war das Überleben der Menschheit durch die stetig steigende Erderwärmung bedroht. Mother's Fear sah dies voraus und stellte sicher, dass die Menschen dafür gewappnet waren. Der Ionenlange Prozess der natürlichen Anpassung wurde dabei umgangen. Die Körperzelle ersetzte das Herz und sicherte das Überleben in einer Welt ohne Sauerstoff und Wasser. Dank fortschrittlicher Bio- und Nanotechnologien gehörten die Unannehmlichkeiten des Alterns und Krankheiten der Vergangenheit an. So konnten gefährliche Industrien und letzten Endes der Weltraum selbst erschlossen werden. Wir können jetzt dem Druck der tiefsten Ozeane standhalten und sogar eine Raumstation ohne Raumanzug verlassen. Okay, jetzt check ich's. Das sind natürlich gute neue... Alter, muss ich hier langlaufen? Bitte sag mir nicht, ich muss den ganzen... Hier alles abgrasen. Oh Gott, da gibt's bestimmt irgendwo gibt es ein heftiges Item, was ich jetzt haben will. Alter, das ist ein Gerät. Okay, hier geht's weiter. Da, wo ich so wirklich so lang wollte. Okay. Äh, okay. Der hab ich jetzt nicht kommen sehen. Alter, du hast da was im Gesicht. Oh, da ist ein Boss. Hab ich wirklich nicht kommen sehen. Ey, 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 nein! Alter, welch viel Schaden ist das? Okay, ich bin... Man kann auf jeden Fall Stunlocked sein. Das ist natürlich... Das ist natürlich... Ah! Fast nicht getroffen, weil ich mich kratzen wollte. Da kommt doch auf einmal so ein Quick-Time-Event. Was soll das denn? Da, da, Verderber. Verderber besiegt. Tausend Erfahrung. Vier Level, alter Schwede. Oh, neuer Gegner, oder? Der sieht krass aus, wie so ein Gepard. Oh mein Gott, okay. Schlechter Grille. Ja, das passt. Alter, was ist... Wie unscharf ist das denn bitte? Alter, komm, das kann mir das Spiel nicht antun. Da haben sie aber geschlafen. Ich sag, da haben die geschlafen. Seht ihr denn, wie unscharf das ist? Na, auf Pokémon angelehnt. Ich bin sehr davon angetan, dass es hier keine Ausdauerleiste gibt. Das finde ich nämlich oft sehr nervig. Es gibt hier keine Ausdauerleiste. Finde ich sehr gut. Cooles Design. Sehr coole Designentscheidung. Also Spielentscheidung. Keine... Wie sich die auftritt. Keine Ausdauer zu haben. Finde ich sehr cool. Ist öfters eher lästig, als dass es spielmäßig... mehr Spaß bringt oder so. Finde ich. Es ist ziemlich schwach. Aber ich empfange ein Notsignal von der Abwurfkapsel. Ich bin echt gespannt, wie schwer das ist. Ich bin echt gespannt. Und ist das Gate dann vorbei? Kapi? Mal sehen, was wir hier haben. Moment. Ich höre da etwas. Ich über dir! Das ist nicht der vom Prolog. Das ist nicht der... Alter, wie sieht er aus? Was ist das für ein Boss-Design? Und dann kommt er hier mit Quick-Time-Events. Ich muss da erstmal drauf klarkommen. Äh... Okay. Ist das Gigas? Er wird einfach mit Schneiden, der Sack. Ah, das war er schon. Ah, das war er schon. Oder? Ist jetzt erst zweite Phase. Ah ne, oder? Ich habe gar nicht auf die Likes von ihm geachtet. Sieht aus, hätte er sich in einem Reifen verbissen. Oder einen Reifen runtergeschluckt. Vielleicht hätte er einen Reifen aus Versehen runtergeschluckt und es im Hals stecken geblieben. Gigas. Aber das war auch kein Alpha, oder? GG, easy. Danke, Leute. War auch gar nicht so schlecht gespielt, finde ich. Teilweise. War doch ein Alpha. Das ist doch jetzt bestimmt mein NPC-Freund. Die hört sich so nervig an die Juffi. Hilf mir! Let's go! Zion? Ne, 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 ne. Wir werden das ab sofort und für alle Zeit Xion nennen. Und nicht Zion. Ich finde es total, äh... Ich finde es total unrealistisch, dass ihr hier die ganze Zeit in die Augen guckt. Total unrealistisch, das Spiel. Ich kann diese Ödland-Städte nicht mehr ertragen. Überhaupt dieses Ödland- und Wüste-Setting ist gar nicht meins. Ich hasse das. Okay, Leute. Wir sind in Xion angekommen. Ich glaube, das reicht erstmal für die erste Folge. Da haben wir viel Material, komplette Weg bis zum ersten Alpha, Netiba und zu Xion. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, gerne einen Follow da lassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.